Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, ich befinde mich hier in meinem großen Wohn-, Schlaf- und Essbereich. Und ich werde im heutigen Video, und das ist der dritte und somit letzte Teil meines Deep Clean Projektes meiner ganzen Wohnung, diesen riesigen Raum hier noch einmal komplett sauber machen, aufräumen und ja, genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Die letzten beiden oder die anderen beiden Videos, also dementsprechend auch die letzten beiden Videos, verlinke ich unten drunter. Und ja, lasst euch inspirieren, motivieren, selbst einen Großputz zu machen. Genau, und wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.